Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead Season 2. Und wir befinden uns hier in einem, ja in einer Art Gefangenenlager und verbringen die erste Nacht irgendwie draußen. Schauen wir mal, ist das hier so eine Art Rehabilitationsaufbewahrungsort, irgendwas, keine Ahnung. Und wir müssen uns jetzt erstmal umgucken und versuchen uns irgendwie hier auf Ansage von Kenny einen Weg nach draußen zu, ja, zu suchen, ohne dabei Reggie in Gefahr zu bringen. Weil das haben wir ihnen ja versprochen. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach chronologisch von links nach rechts an. Was heißt chronologisch? Sprechen wir einfach mit jeden und untersuchen wir alles und jeden. Hallo? Wie es sich gehört. Geh verloren. Ah ja, genau. Er ist ja der komische, der aber Reggie geholfen hat, beziehungsweise deswegen gerettet hat. Von daher ist ja okay, ist ja auch schon spät. Das sieht sehr merkwürdig aus. Und nicht wirklich interessant. Eine Frau? Diese komische Frau. Okay, schauen wir uns mal das Bett an. Um, Nick. Um, Nick. Kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Ich weiß ihn schon fast 20 Jahre, und ich kann es nicht kaufen. Natürlich kann ich nicht sagen, dass die Gedanken niemals verletzt. Die Dinge verändern. Ich glaube, du bist richtig. Er wird niemals auf dich verlassen. Wir Leute, du sagst. Ja, wir Leute. Ich denke, ich werde versuchen, etwas zu essen. Ich glaube, du solltest auch. Wir werden morgen morgen aufpassen. Okay. Nacht. Sieht rickert. Das könnte eine interessante Info sein für Kenny, oder? Okay, gehen wir mal zu Sarah. Oder warte mal. Wir konnten noch hier die Tische untersuchen, oder? War das jetzt eine falsche... Ne, das war die Feuergrube. Okay, wir sprechen nochmal mit Sarah. Ich versuche, um gut zu sein. Was? Reggie fragte mich, um gut zu sein, also ich bin gut. Ich will nicht, dass er in Probleme zu sein wird. Ich spreche mit dir später. Okay, kein Problem. Rebecca ist auch schon ein bisschen komisch. Ich frage mich, ob sie einfach nur durch falsche Erziehung so komisch ist, oder ob sie tatsächlich irgendwie... Na, jetzt ist wirklich nicht abwertend oder beleidigend gemeint, aber ob sie jetzt wirklich irgendwie einen psychischen Schaden hat irgendwo. Gibt es ja. Naja, egal. Vielleicht sehen wir was noch anderes. Ich habe ihn nicht sehr gut, diese letzten paar Wochen. Die Dinge wurden so kompliziert, so schnell. Es wurde alles über den ganzen Tag durchgeführt. Ich versuche wirklich hart, die letzte Mal zu erinnern. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebte. Ich habe ihn wieder in meinem Gehirn. Aber ich kann nur nicht erinnern. Er weiß es doch. Ich bin sicher, er weiß. In seinem Herz, ich bin sicher, er weiß. Ich hoffe, das ist wahr. Alles klar, gehen wir. Ich werde gut. Alles klar. Ich empfehle, dass du mich aufhörst. Ja, so ändern sich die Dinge. Am Anfang war ja Rebekah die Einzige, die sich da... Was? Oh. Dad! Alles klar, geh zur Hölle zu schlafen. Ich schreie den ersten von euch, den ich sehe, vor der Sonne zu schlafen. Jeder kommt nach Bale. Nett. Einige dieser Leute sind nicht zu stark auf zu gehen. Es ist wichtig für uns, einen Weg weg zu finden. Sind Sie bereit? Es ist Ihre Entscheidung. Habe ich eine Wahl? Ich habe eine Wahl? Natürlich. Wirklich? Nein, nicht wirklich. Du musst das machen. Jetzt schau mal ein Schlaf. Wir brauchen sie. Na klasse. Ich möchte aber meine neuen Freunde nicht im Stich lassen. Ganz ehrlich. Was? Nett. Tritt mich nicht. Habe ich mich? Es ist verrückt. Geh auf. Bill wird ein Wort haben. Oh ja. So fängt der Tag gut an. Was? Die Herd wurde ein bisschen näher. Das war heute Morgen. Aber das ist noch nicht wirklich das heißt, dass wir uns geholfen werden. Nein. Wir kontrollieren die Situation. Jetzt. Nun. Es gibt einige Leute, die vielleicht so schwer zu sein, was passiert. Und wie es ging. Das ist alles in der Vergangenheit. Jetzt. Einige von euch sind neu zu unserer Gemeinschaft. Einige von euch sind die Mitglieder, die weggegangen sind. Aber wissen Sie, dass Sie hier finden, eine Redemption finden. Entschuldigung. 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 Wir gehören. Wir kommen zurück. Entschuldigung. Wie schläft? Ich bin so steig. Schh! Es kommen Sie rein. Aber es muss sichern. TaGO. Du hast nicht so schön. Das ist nicht so gut. Ich dachte, ich habe einen Gelegen. Mach! Aber in die Zeit. Was? 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 Was für ein verrückter Psychopath. Was? Seid ihr verrückt oder was? Sag mal. Kranker. Alter. Das ist doch ein... Wie krank ist das? Das ist doch ein... Wie krank ist das? Was ist das? Was ist das? Das kriegst du wieder, Carver. Was? Was? Was für ein kranker Penner. Was ist das? Okay, lieber Bunny. Wie krank ist das? Das ist das. Du hast es. Hä? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das Gefängnis? Ja. 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 Was ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Was 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 ist das? Ich würde, wenn ich wusste, wo es war. Ich meine... Es ist nicht einfach, eine Gruppe so großartig zu halten und zu schützen. Ich bin nicht in dieser Position. Ich habe gedacht, das würde jemanden etwas stressig machen. Ich bin nicht zu schützen, was er getan hat. Das war... Ich bin alive. Er hat meine Freunde umgebracht, verdammt. Das ist nur ein Fakt. Er hat Walter und Alvin. Nur um seine eigenen Leute zu schützen. Kenny könnte uns alle haben. Aber er hat nicht. Wir hatten angefangen. Bill überreaktete. Er war in der Hälfte des Momenten und er überreaktete. Luke hatte Ideen, wie Dinge gehen sollten, aber sie nicht mit dem, was Bill dachte. Sie schlitten Hände. Dann hat Rebecca gezeigt, und das machte Dinge nur schlimmer. Vielleicht war Luke richtig über ihn. Ich wünschte, dass er da war, aber... ich hoffe, dass er sicher ist. Hey, Bonnie. Ist das eine Frau da da? Ich muss sie kommen. Was? Ja, sie ist hier. Okay, ich bin gleich. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass es gut ist. Oh, fast vergessen. Ich habe das für dich. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass es gut ist. Es ist gut. Ich bin sicher. Was ist mit dem schlussen Jacket? Tavia! Was? Nichts. Ich sehe dich später, Clementine. Komm schon. Sag mal, Tavia? Ist das nicht die... Fass mich, komm schon. Tavia ist doch die, die im DLC die ganzen Leute gesucht hat, oder? Irre ich mich jetzt. Bleib hier für einen Moment. Ich werde die Radio runter finden und herausfinden, was du machst. Nicht nichts touchen. Was? Wer weint da? Hallo? Hallo? Ah, was? Hey. Bist du okay? Bist du okay? Ich weiß, es ist... Es ist schwierig. Mein Vater hat mich niemals gefangen. Selbst wenn ich wirklich schlecht war. Dein Papa wohlt ja nicht. Dein Papa wohlt ja nicht. Er hat mich nie. Er wollte es nicht, Sarah. Carver hat ihn gemacht. Er ist der schlechte Typ, nicht dein Vater. Also, in einem weirrsten Weg, Carver ist der Typ, der dich gefangen hat, nicht dein Vater. Ich glaube so. Carver hat mich sehr hart gefangen, weil es immer so schmerzt wie verrückt. Ja, es sieht so aus. Okay. Okay. Okay, we gotta do a good job, guys. The camp is counting on us. Come on, I'll show you what to do. It's super easy. Pick up a pair of those shears. Scheren? Okay, so we're picking these berries, right? Just pick them, put them in the basket. Simple. Okay. While you're at it, if you see any dead branches, take those shears and cut them off and stack them neatly for compost. I'm listening. Got it? Sarah? Hey, so... Is she gonna be okay? Because what happened down there? That was straight fucked up. I don't want her freaking out and getting me in trouble. I'll take care of her. You don't have to worry. Good, good. Because I'm awful at that stuff. Look, Bill's had it out for me ever since I helped those guys escape, so I got to concentrate on my work. Aha. Okay. That was awkward. I won't do that again. I'm gonna go work now. Sehr schön. Okay, Reggie hat also den anderen bei der Flucht geholfen. Auch sehr interessant, aber Sarah scheint nicht auf dem Damm zu sein, hm? Hilf Sarah. Sie ist unsere Freundin. Hier, schau mich. Wie? Ich... Mach komplett ihre Arbeit jetzt? Und meine gar nicht? Das könnte Ärger geben. Das ist nicht so hart, Sarah. Ich weiß, ich bin nur Angst, dass ich einen Fehler mache. Es wird nicht der Ende der Welt sein, wenn du das machst. Es wird einfach weitergehen. Ah, shit. Oh, nein. Cargo. Du hast nicht gemacht, Clem. Just checkin' in. Verstehen wie die neue Mädchen arbeiten. Oh, nein. Reggie. Ja, Belle. Hey. Look, Bill, they're new, and me with my arm? It's just not the easy... I just have... I have one arm. Shut up, shut up. Shut the fuck up. You better have an explanation for this. And I mean now. Bill, please, just... Sounds like you were about to give me an excuse when I asked for an explanation. It was my fault. I didn't show Sarah well enough. I guess. Nah, this ain't your fault. Come, Sean. We talked about this, Reggie. Didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? I... Why don't you girls wait outside? Reggie and I have... Come, Sean. A few things to talk about. Nah, Klasse. Thanks for the help, girls. What's wrong, Sarah? Sarah? Are you okay? Oh, I don't have any chances. No, 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 please. Alter, ernsthaft? Weakness. Incompetence. It puts us all at risk. And it won't be tolerated. You think about that. The next time you're asked to do something. Get downstairs. Bonnie's got some stuff for you to do. Go! Alter. Du krankes Schwein. Sorry, liebe Leute, aber... Hey, so, they want you to run some supplies out to the guys working at the expansion? Real simple. Just take this over to them. That jacket looks real nice. I don't know what Tavia's talking about. What's wrong? Clem? You alright? Come on, Reggie could hurt it. Reggie. Reggie's dead. What? What are you talking about? Carver killed him. He pushed him off the roof. Maybe... Maybe it was just an accident. Ernsthaft? Ernsthaft, Bonnie? Listen to me. Take this stuff out to those guys and come straight back. Just... Be safe, okay? Now ain't the time to be calling attention to yourself. I need to go find out what happened. Hey, Troy? Clem's just gonna take them boys some nails. Alright. Go on. Hey! That ain't your concern. Get that stuff over to them boys. Just follow them cables. Warum machst du eigentlich nichts, du Arsch? Entschuldigung. Ich bin in dieser Folge sehr ungehalten, liebe Leute. Der Zaun sieht nicht sicher aus. Oh, God. I ain't nobody's laborer. Fuck that. Let them do this shit themselves if it's so goddamn important. I'm tired. Get your fucking hands off me, man. You ain't gonna force me to do this bullshit. I said get your hands off me. Or what? You gonna go tail on me? I'm trying to help you, asshole. Yeah, this is a real help. Reggie is awful. Why don't you just worry about yourself? Reggie is dead. Carver killed him. What? You sure? Or did you... Woah. Shit. Ach du Schande. Woah, 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 woah. Was nun? Shit. Komm schon. Auf die Murmel. Komm schon, komm schon, komm schon. Was? Okay. Verschwindel, verschwindel. Komm schon. Woah, 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 woah. Oh, halt abends schon, komm. Ich halte doch A. Ich hab doch A. Ähm. Ja. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ähm, ein perfekter Zeitpunkt, um sich in den Endscreen zu verabschieden. Ja, liebe Leute, vielleicht ein etwas unwilliger Abgang, aber er ist sehr bezeichnend für die ganze Folge jetzt. Ich bin total mitgenommen und auch emotional ein wenig entgleist, wie man das eine oder andere Mal vielleicht gemerkt hat. Ähm, das, was wir befürchtet haben, ist tatsächlich eingetroffen. Es ist ein Gefängnis, es ist ein Arbeitslager und Carver ist einfach nur ein kranker, psychopathischer Bastard. Sorry, wenn ich das so hart und krass sage, aber ganz ehrlich, dem Typ muss Einhalt geboten werden, in jedem Preis. Das geht einfach nicht. Bringt nach Laune Leute um und entschuldigt dies mit der Sicherheit der Gruppe und was weiß ich. Ähm, das geht einfach nicht. Und, ähm, ja gut, jetzt haben wir erstmal mit Zombies zu kämpfen und ob und wie wir das überleben, das sehen wir hoffentlich gemeinsam in der nächsten Folge. Und bis dahin, alles Liebe und alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.